Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 erzählt bekommen. Erzähl sie uns bitte, bitte, bitte. Also gut, das ist die gute alte Geschichte vom Waisenmeister Mentes und, das wird dir gefallen, Hopsi, und seinem Kumpel Junker Wanze, der Prinzessin Honigbienchen gerettet hat. Junker Wanze? Ich bin eine Wanze. Ganz recht. Vor langer Zeit, vor über einem Krabblerleben, war im alten Insektenkönigreich Prinzessin Honigbienchen draußen, um ihren königlichen Drachen steigen zu lassen, als... Prinzessin, wir dürfen uns nicht weiter hinauswagen. Das Versteck des Venusfliegenfallmonsters ist irgendwo in jenem Moor. Mein Drachen! Prinzessin, nicht! Komm zurück! Halt! Oh nein! Mein armer Drachen! Prinzessin, halt! Gib mir meinen Drachen zurück! Sofort! Los, los! Oh nein! Ich hab gesagt, lass meinen Drachen los! Prinzessin, geht von diesem Monster weg! Bitte! Nicht, bevor's meinen Drachen losgelassen hat! Prinzessin, ihr müsst Ruhe bewahren! Bewegt euch nicht! Oh-oh! Fürchtet euch nicht, Prinzessin! Ich werde Hilfe holen! Bitte beeil dich! Tada! Bravo! Hört, hört! Hört, hört! Das Venusfliegenfallenmonster hat Prinzessin Honigbienchen gefangen! Was? Oh nein! Mein Babybienchen in den Klauen dieses Monsters! Alle, mir die Bienenbrigade! Beeilung! Aber die Bienenbrigade ist weg, um Nektar zu sammeln, Eure Majestät! Dann hole ich die Bienenbrigade selbst zurück! Rettet jemand meine Babyprinzessin! Ähm, irgendjemand, Eure Majestät, aber wer? Vielleicht ein edler Ritter? Oder wir! Ja, wir werden die Prinzessin retten! Die Prinzessin! Äh, okay, machen wir es! Hossa! Oh, danke! Vorwärts, zum Versteck des Monsters! Hipp, hipp, hurra! Und los! Seid vorsichtig! Hilf mir doch, jemand! Dort ist die Prinzessin! Und dort ist es! Aber warum greift das Monster sie nicht an? Vielleicht ist es eingeschlafen! Dann lasst uns zu ihm heranschleichen! Ja, es kann uns nicht alle auf einmal fressen! Vorwärts! Hier bin ich! Eure Hoheit, weck nicht das Monster! Keine Angst, wir retten euch! Und meinen Drachen auch! Und auch euren Drachen! Danke! Oh, ich kann sie nicht erreichen! Dann machen wir eine Kette! Hervorragende Idee! Ja! Festhalten! V-Vorsicht! Nur ein bisschen mehr! Nein! Entschuldige! Waffe auf! Vorsicht! Liebe Krabbeler, wenn ihr bitte nicht weitergeht. Oh nein, das Monster wacht auf. Das war nicht das Monster. Das war... Er! Seid gegrüßt. Entschuldigt euer Hoheit. Ich möchte sie demütig ersuchen, all meine Anweisungen zu befolgen. Flattert nicht zu stark mit euren Flügeln. Ich versichere euch, weder ihr noch euer Drachen wird zu Schaden kommen. Okay. Wer seid ihr, Sir? Das ist Meister Mentis. Weisester Krabbeler des Königreichs. Und ich bin sein treuer Juncker. Hopsi. Weiser Meister Mentis. Könnt ihr uns helfen? Könnt ihr Prinzessin Honigbienchen von dem Monster befreien? Ja, meine Freunde. Aber zuerst hört bitte zu. Ich fordere euch auf, euer Kauwerkzeug zu halten. Die Venusfliegenfalle ist kein Monster. Sie ist eine Pflanze. Sie kann einen nicht verletzen, solange man nicht die Auslöserhaare an ihren Blättern berührt. Mein Drachen. Gut geworfen, Meister. Nun, meine tapferen Freunde, ist es sicher, ihre Hoheit von der Pflanze weg zu eskortieren. Prinzessin. Da wären wir, Prinzessin. Gesund und wohlwahrend. Ja! Hip, hip, hurra! Oh, Hanni, bist du das? Ja, ich bin's, Mami. Oh, meine Prinzessin. Dir ist nichts geschehen, Gott sei Dank. Wie konntest du nur entkommen? Ich wurde von Spinne Spratz, dem topfasten Krabbler des ganzen Königkreises gerettet. Spinne Spratz, ich danke dir von ganzem Herzen für die Rettung meines Lieblings, Hanni, Bienchen. Eure Majestät, der Krabbler, dem ihr danken solltet, ist... Weg! Mein Drachen! Und das war das letzte Mal, dass Weister Mentes und sein treuer Juncker Wanze je im ganzen Königreich gesehen wurden. Ihr seht also, je mehr ihr über eine drohende Gefahr wisst, desto sicherer seid ihr. Wow, was für eine tolle Geschichte. Ja. Sie war wundervoll. Also, eine Menge von dem Zeug, das wir über die Venus-Fliegenfalle hören, ist nicht wahr. Das sind gar keine Monster. Genau. Es sind nur Pflanzen. Wow, ich wusste gar nicht, dass Venus-Fliegenfallen Auslösehärchen haben. Dann fressen sie also gar keine Frösche. Hahaha, natürlich nicht. Nun denn, sind wir bereit, um der Venus-Fliegenfalle einen Besuch abzuschnacken? Ja, ja. Super. Hahaha. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und denkt immer an Meister Mentes' Weisheit. Je mehr man über eine drohende Gefahr weiß, desto sicherer ist man. Cool. Wow. Spenomenal. Diese Haare im Innern der Venus-Fallenblätter sind die Auslösehaare. Solange man sie nicht berührt, kann die Venus-Falle nicht beißen. Entschuldigung, Verzeihung, Entschuldigung. Achtung, ich komme. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ja, aufpassen. Ah, hallo, Spinnerich. Schön, dich und deine Kinder wohl aufzusehen. Ähm, übrigens, du hast nicht zufällig eine Brille gesehen, oder? Es scheint, als hätte ich, ähm ... Pass auf! Wie bitte? Das ist deine Venus-Fliegenfalle, Frank. Eine was? Äh, was jetzt? Oh. Hoppla. Beweg dich nicht, Frank. Berühr die Auslöserhaare nicht, dann wird dich die Venus-Falle nicht verletzen. Ich bewege mich nicht. Ich könnte es gar nicht, selbst wenn ich wollte. Haltet durch, Frank. Aufgepasst. Ah! Oh mein Gott, meine Güte. Komm mit uns, Frank. Wir helfen dir, deine Brille zu suchen. Oh, danke, Mandrake. Oh, du bist ein guter Junge. Wow, Mr. Mantis. Sind Sie ... Ich meine, wie konnten Sie ... Krabblerversität. Was macht er denn? Er hat doch gesagt, dass er gleich rauskommt. Mal gucken. Oh, ich höre ihn. Jetzt kommt er. Pssst! Tada! Mr. Mantis, Mr. Mantis, ihr Popo glüht. Genau so ist es, Hopsi. Warum tragen Sie ein Kostüm, Mr. Mantis? Morgen ist Krabblerknuddeltag. Jeder von uns verkleidet sich als ein anderer Krabbler. Und dann machen wir ein Fest. Uiuiui, ihr Puschi ist ausgegangen. Ach, schon wieder. Also, kann mir jemand von euch sagen, was für ein Krabbler ich bin? Ich weiß es, ein Glühwürmchen wie Flint. Ganz genau, kleiner Drache. Sein Licht am Hintern hat auch immer einen Wackelkontakt. Aber was ist Krabblerknuddeltag? Das ist ein Krabbleranerkennungstag. Da hat jeder Krabbler in Sunnypatch Zeit zu erfahren, was jeden Krabbler einzigartig macht. Und dann diese Unterschiede mit offenen Armen zu begrüßen. Einzigartig bedeutet besonders und mit offenen Armen begrüßt heiß Knuddeln. Aber woher wissen wir, welchen Krabbler wir auswählen sollen, Mr. Mantis? Du kannst einen Krabbler aussuchen, den du für etwas ganz Besonderes hältst. Und danach könnt ihr eure Erfahrungen miteinander austauschen. Ich weiß schon, was ich für ein Krabbler sein werde. Ich will eine Grille sein, so wie Scratch. Die sind was Besonderes. Und was für Lustigkeiten über Grillen möchtest du mit uns teilen, kleiner Drache? Lustigkeiten? Ja. Zum Beispiel wusstet ihr, dass Glühwürmchen wie ich in Wirklichkeit gar keine Würmchen sind, sondern Käfer? Ich weiß. Ich werde allen zeigen, wie Grillen zirpen. Hervorragend. Aber selbstverständlich besuchst du vorher Scratch und erkundigst dich, warum sie zirpen. Cool. Ich geh gleich nach der Schule. Was der Sonne nachzuurteilen genau jetzt ist. Die Schule ist auf. Das ist ja super. Ich weiß, wer ich sein werde. Kann es kaum erwarten, mit meinem Kostüm anzufangen. Was für ein Krabbler willst du denn sein? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Los, komm, wir gehen nach Hause. Hallo, Mami. Hallo, ihr beiden. Was machst du? Ich packe gerade unsere Krabblerknuddeldekoration aus. Oh, darf ich das aufhängen, bitte? Es kommt genau da oben hin. Ihr seid aber früh zu Hause. Wo sind die anderen Krabbler? Die machen ihre Kostüme für das Fest morgen. Wir sollen bis morgen etwas über einen anderen Krabbler in Erfahrung bringen und uns wie er anziehen. Das hört sich doch lustig an. Was für Krabbler wollt ihr sein? Hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber Mr. Mentes hat gesagt, wir sollen einen Krabbler aussuchen, der einzigartig ist. Ja, einzigartig. Das dürfte doch nicht allzu schwer sein. Aber, Mom, was ist, werde ich denselben Krabbler aussuchen wie jemand anders? Ich denke, das wäre in Ordnung, Wackel. Aber dann wäre es nichts Besonderes. Nein, nichts Besonderes. Warum macht ihr beiden vor dem Essen keinen Spaziergang? Vielleicht bekommt ihr ein paar Ideen. Ja. Okay, Mom. Los, komm, Wackel, gehen wir. Danke, Mom. Ich habe nicht die geringste Idee. Hast du irgendeine Idee? Nein. Au, hoppsi. Guck mal, da sind Penzi und Schneeglückchen. Drehung. Und Sprung. Hopp, hopp, hopp. Drehen, drehen, drehen. Hey, was macht ihr denn da? Wir sind Schmetterlinge, die von Blume zu Blume flitzen. Also für mich sieht das mehr wie Tanzerei aus. Ja, und wo sind eure Flügel und Fühler und so? Na ja, die müssen wir noch machen. Oh. Und als was für Krabbler wollt ihr gehen? Weiß ich. Hey, ihr könntet doch auch Schmetterlinge sein. Und herumtanzen? Ganz wie ihr wollt. Wir verschwinden, um Schmetterlinge zu suchen. Um alles über sie herauszufinden. Lalalala. Lalalala. Und drehen. Bin ich froh, dass wir nicht rumtanzen müssen. Aber wir wissen immer noch nicht, was für einen Krabbler wir machen sollen, Hopsi. Glaubst du, Mr. Mentes ist uns böse, wenn wir keinen aussuchen können? Nein, er ist fast nie böse. Wackel. Ich hab's endlich. Einer von uns kann eine Gottesanbeterin sein. Das ist eine fantastische Idee. Und was weißt du über Gottesanbeterin? Gar nichts. Komm, wir gehen einfach Mr. Mentes tragen. Hey, warte auf mich. Hast du das gehört? Ja. Das ist bloß Eddie. Hey, mein Kostüm funktioniert wirklich. Ihr habt mich nicht gesehen, oder? Oh, nee. Gut. Gottesanbeterinnen sind extrem gut im Verstecken. Deshalb sehen sie, wenn sie im Gebüsch sitzen, aus wie ein Zweig mit Blättern. Wie mir Mr. Mentes gerade erzählt hat. Was ist los, Jungs? Mögt ihr etwa mein Kostüm nicht? Das ist es nicht, Eddie. Es ist nur einer von uns wollte eine Gottesanbeterin sein. Aber das könnt ihr doch noch. Wir alle drei können Gottesanbeterin sein. Danke, aber wir wollten Krabbler sein, auf die niemand anderer kommt. Weißt schon, einzigartig. Ihr müsst euch einen Krabbler aussuchen wie niemand anderes sonst. Ich weiß, ich weiß. Ein Mistkäfer. Du hast recht, niemand würde ein Mistkäfer sein wollen. Ihr braucht noch ein paar spaßige Eigenschaften, außer der Tatsache, dass sie eklig stinken. Stinky ist ein Mistkäfer. Gehen wir ihn fragen. Komm, Wackel. Tschüss, Eddie. Bis dann, Jungs. Komm schon, Wackel. Da geht's lang. Ich folge dir. Ja. Was ist denn jetzt los? Wetten, du errätst nicht, wer da kommt? Ich geht's. Wetten, ich weiß es. Es ist... Mandrake? Hallo. Mandrake? Hä? Wir dachten, du wärst Stinky. Ich war gerade bei Stinky und er hat mir diese Stinkzaubertinktur gegeben. Och, dann machst du einen Mistkäfer? Ja, die sind echt super. Wusstet ihr, dass sie so stinken, damit niemand sie fressen will? Wissen wir schon. Was für Krabbler wollt ihr denn sein? Wissen wir nicht. Macht nichts. Euch fällt noch was ein. Ich gehe jedenfalls mal nach Hause und arbeite an meinem Kostüm. Bis später. Wir riechen uns später. Das war's mit deiner Mistkäfer-Idee. Ja. Alle haben schon einen Krabbler, den sie machen wollen. Nur du und ich. Ich geb's auf, Alter. Ich hab's. Der alte Onkel Gass. Ja. Ja. Du kannst ein Spargelhinschen sein. Ich? War doch deine Idee. Los komm. Ja. Super. Hey. Kleiner Drache. Hey. Wartet auf mich. Hey Jungs. Cool das grün zirken. Kleiner Drache. Ja, du hörst dich genau wie Scratch an. Danke. Er hat mir gerade erzählt, dass Grillen solche lauten Zirp-Geräusche machen, um Gefahr zu signalisieren. Und was für Krabbler wollt ihr machen? Wackel will ein Spargelhinschen sein wie Onkel Gass. Ist ja toll. Spratz hat dieselbe Idee. Er hat was? Au, 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 au. Du kleiner Drache. Wo ist Spratz jetzt? Zuhause, glaube ich. Aber wo ist das Problem? Spratz? Also Onkel Gass? Beeilung! Oh nein. Hey Jungs. Erratet wer ich bin. Oh, ein Spargelhähnchen. Wie Onkel Gass. Echt super, hä? Und? Was für Krabbler wollt ihr machen? Jetzt keinen mehr. Genau. Gar keinen. Da seid ihr. Spratz hat mir gerade gesagt, dass ihr nicht wisst, was ihr auf dem Fest machen sollt. Wir haben wirklich überlegt, aber alle besonderen Krabbler waren schon vergeben. Und die einzigartigen auch. Kannst du uns helfen, Mami? Ihr wisst doch, alle Krabbler sind auf ihre Weise etwas Besonderes. Und in der Tat, ich muss sagen, ihr beide seid auch etwas Besonderes. Hä? Wirklich? Natürlich seid ihr das. Ihr seid besonders, weil ihr euch umeinander kümmert und immer zusammen seid. Ihr seid beide besonders einzigartige kleine Krabbler. Oh, Mami. Oh, Mami. Oh, Mami. Oh, Mami. Keine Sorge. Ich bin mir sicher, dass euch ein besonderer Krabbler einfällt, den ihr auf dem Fest machen könnt. Mami hat recht, weißt du, wir sind besondere Krabbler. Ja. Oh. Denkst du an, was ich denke? Ich denke schon. Mami. Maggie. Wir wissen, was für Krabbler wir machen. Mami. Du bist ganz so toll. Es ist ganz so toll. Mami. Mami. Mama. Marienkiffe. La. La. Schmetterling. Ju. Ju. Nu. Treiong. Treiong. Spreiong. Bravissimo. Wunderbar. 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 Würden Sie nicht auch sagen, Mr. Mendes? Oh, ja. Der Meinung bin ich auch, Flint. Und nun kommen wir zu unserer letzten Vorführung, zu Hopsi und Wackel. Oder sind es Wackel und Hopsi? Hallo, ich heiße Wackel und ich bin eine Spinne. Und weil ich eine Spinne bin, kann ich mit meinem Spinnendüsen ein Netz machen. Oh, und ich habe acht Beine. Das macht mich einzigartig. Außerdem spiele ich gerne mit meinem Bruder Hopsi. Er ist eine Wanze. Und hier kommt er auch schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wanzen laufen wirklich total schnell. Und sie lieben den Krabblerknuddeltag. Wanzen sind auch einzigartig. Und sie geben die besten Brüder ab. Ende. Schnell, alle wieder auf die Bühne. Hallo, Schätzchen. Unsere kleinen Krabbler möchten nun ein besonderes Gedicht aufsagen. Krabblerknuddeltag. Jeder Krabbler unterscheidet sich. Von all dem Rest. Einige Krabbler sind nützlich. Einige sind in Pest. Heute ist der Tag, an dem wir die Krabbler feiern. Also geh zu deinen Nachbarn. Und knuddel sie ganz kräftig. Alles Gute zum Krabblerknuddeltag. Alles zusammen. Alles Gute zum Krabblerknuddeltag, Holli. Alles Gute zum Krabblerknuddeltag. Untertitelung des ZDF, 2020